So Jungs, dann machen wir jetzt erstmal die anderen Packs auf und dann das hier, das machen wir zum Schluss auf. Erstmal die machen wir noch auf, die machen wir auf. Die hier laufen bis Donnerstag, dann kann ich die im Donnerstag Video noch mit rein machen. Deswegen machen wir die auf und dann am Ende das Pack. Jetzt erstmal gucken, kein Walkout. Wow. Er zieht eh Madison, ja wow. Bin gespannt. Ich hoffe auch, dass ich Packlack hab. Boah, nee, Jetpack, Digga, halte ich nicht aus. Jetpack halte ich nicht aus. Wen willst du ziehen? Ja, einer von den Top-Spielern auf jeden Fall. Das ist natürlich das, was man will, aber wo ist Timo, meinst du, Digga? Er ist im Urlaub. Auf keinen Fall, Jetpack, Freunde. Auf keinen Fall. Ich will's sehen. Ich will sehen, was ich am Ende vielleicht für einen Scheiß ziehe. Oh, Kimbembe. Simon, falscher Stuhl. Nee, Digga, Exotic, ich bleib auf meinem. Ich bleib mein Stuhl treu. Ich darf jetzt nur mit meinem Stuhl wechseln, weil Timo nicht da ist. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall darf man seinen Stuhl wechseln für die Untreue. Weil ich bin treu. Ich habe sogar mal einen Playstation verkauft. Ach, kein Walkout. Können wir gleich mal noch uns das Premier League Tots angucken. Tots SPC ist da. Ich weiß, es ist auch schon gemacht. Das Pack liegt auch hier schon rum. Ich bin gespannt, Jungs, was da drin ist. Ich bin gespannt. Aber hier könnten sie auch mal einen Walkout gönnen. Italien-Innenverteidiger. Ach, tschä, Arbi. Wieder nichts drin, Jungs. Komm schon, wir brauchen hier. So eine Ikone wäre jetzt auch mal schön lecker. Die wäre jetzt auch mal... Die wäre auch schmackhaft. Lacazette auf Ansage. Das wäre geil. Lacazette, Sonn. Ähm, Agu. Äh, Mané. Hazard natürlich. Aube. Das wäre so... Das richtig geile. Okay noch wäre... Äh... Fernandinho, Vinjandum. Die wären auch okay. Fernandinho hatte ich. Robertson, sowas wäre auf jeden Fall auch noch in Ordnung. Oder Alexander Arnold wäre auch noch stark. Hab Winnie-Pooh. Ja, geht klar. Madison 88 wird halt... Ah. Salah wäre ein dicker Fisch. Die könnten mal da überhaupt mal einen Walkout rausgönnen. Gibt der uns und er drückt den Gedanken einmal um die ganze Welt und zurück. Wir machen keine Mucke. Sterling, ja. Van Dijk. Ericsson, okay. Wäre auch noch geil. Sonn natürlich. Aber wahrscheinlich, Freunde, ne? Wir wissen alle, was dabei gleich rauskommt. Hier gibt es halt mal einen Walkout. Die gönnen nicht. Die gönnen aber absolut nicht. Auf Ansage, Auwe. Bernardo Silva, ja. Halb. Aber das Problem ist, du wirst eh einer ziehen. Wer will eh einer ziehen, der richtig scheiße ist. Nein, ey, wir kommen vorbei mit... Kein Walkout. Was mit Lacazette? Na, wäre natürlich auch geil, den zu ziehen. Hab Alisson. Alisson, Ederson. Ah. Okay, das Pack heben wir uns noch auf. Sollen machen wir die hier noch auf. Die hebe ich mir für am Donnerstag im Video noch auf. Brauche ich nämlich noch. Brauchen wir jetzt aber erstmal hier einen Walkout raus, Freunde. Wir brauchen erstmal hier einen Walkout raus. Wir brauchen erstmal hier jetzt einen Walkout raus. Oh, Walkout. Oh, wird doch blau. Wird doch blau. Oh nein. Nein. Na was. Bruder, muss los. Voila, das ist Sonne. Ansage Ericsson. Ericsson wäre lecker. Ericsson wäre richtig lecker. Hä, was sind das für ein Anzeige-Bug? Sind immer noch 8 da. Wow. Was mit R9? Digga. Natürlich in dem Premier League-Pack R9. Glaube schon, dass er da drin ist. Ah, eben 7 haben wir noch. Zack, Abfahrt. Zack, zack, zack. Komm, ein Walkout muss hier auch mal auf jeden Fall noch dabei sein. Samu. Es ist bis jetzt schon fertig. Ja, Pack ist schon da und wartet, um es öffnen zu lassen. Oh, kein Walkout. Wie geizen die denn? Wie geizen die denn? Oh, David Luiz. Madison. Oh, bitte. Wenn es Madison wird, dann muss ich aber komplett los. Auf Ansage Stones. Ah, scheiße, den gibt es hier auch noch. Kein Walkout. Wie hat er gezahlt für die SPC? Wir hatten einiges im Verein, aber SPC kostet so knapp 200k. Ah, Walkout. Komm, blau. Bitte, blau. Blau ist schon mal gut. Komm, komm, komm. Es wird schon blau und dann sowas. Es wird schon blau und dann sowas. So scheiße, dass es zwei Ligen gibt. Hast du dann immer die Hoffnung? Ah, Counter auf jeden Fall hoch, ja. Mann, der ist aber eigentlich nicht wütig, der Kollege hier. Oh, Jungs, ich bin nervös. Noch vier Packs und dann kommt das alles Entscheidende. Wow, dann hat man Schlitz. Kein Walkout. Mann. Hier brauche ich jetzt noch einen guten Spieler. Ansonsten wird das Pack scheiße. 17 plus 17 sind 43, Digga. Wie oft muss man es noch erklären, dass es einmal einen Counter für die Allgemeinheit gibt und nochmal einen Counter, wo Timo und ich allein ziehen. SPC Packs oder sowas. Das ist für ein Bug. Kommen wir da ja nicht mehr drauf. Verstehst du, wenn wir garantierte SPC-Sets ziehen, die kann ja nur einer von uns ziehen, dann kommt es auf den gemeinsamen Counter drauf. Hast du das verstanden? Ja, was ist das denn für ein Bug? Kann man die unendlich ziehen oder was? Hast du verstanden, dieser? Nee, alles gut, Digga. Alles gut. Rudi. Oh nein, der Geist. Oh nein, ich habe den Geist mitgenommen. Komm schon, Walkout. Hier kommt kein Walkout. Wow, Info, was soll das sein? Oh, Hertha, Benji. Das waren mehr wie acht. Ja, asozial. Voll der Bug. Komm, jetzt wenigstens noch ein Walkout auf Ehre. Ah, moin, Digga. So, jetzt brauchst du schon ein Lead. Wow. Tom und Huck, Freunde. Das wird das Lead. Hey, was ist das? Wie viele Sets gibt es denn da? Sind die unendlich oder was? Mann, kein Blauer. Oh, Douglas Costa. Kocha, Kocha. Alle einen Daumen nach oben da lassen. Alle komplett eskalieren, Freunde. Alle nochmal ein Abo da lassen. Wie früher, Packlack-Eskalation. Pusht euch. Fly me away. Timo sein Lead. Nee, Freunde, kein Chatbag. Vergiss, ich mache kein Chatbag. Ich will diese Animation sehen. Ich will diese Animation sehen. Und jetzt, pssst. Einer auf Broski machen. Ich muss warten, bis der Beat einsetzt, Freunde. Pssst. Bis zum nächsten Mal. Look what we've become. Time will memory The future's yet untung. And now Now what's done is done. Ich hab gedacht, das ist Lacazette, Freunde. Ich war so bei Lacazette. Oh nein, Jungs. Ich war so felsenfest bei Lacazette, Mann. Hier. Absolute Enttäuschung. Nein. Ja, es geht klar. Was kostet denn der Bruder? Ich war halt sowas von bei Lacazette. 290k, ja, geht fit. Es geht fit. Ich war so felsenfest bei Lacazette. Ich war so felsenfest bei Lacazette.